Für uns gibt es Neuheit 2019 von Argento, die Titanium-Raketen mit jeweils 20g MIM. Da fangen wir an mit der Multicolor an. Die war schon mal gut. Dann geht es weiter mit der White. Alter, die sind doch ganz schön stark. Dann haben wir hier die Red. Die sind echt gut. Als vorletzte haben wir hier die Green. Und als letztes die Multicolor. Die sind richtig gut. Jetzt machen wir nochmal die letzten 5 aus dem Set auf Schlag. Also die lohnt sich wirklich zu kaufen. Das war's für heute.